Bäm, Freunde! Da sind wir wieder mit den MMA-News am Montagabend. Dustin Poirier möchte dieses Jahr noch kämpfen. Max Holloway möchte sich weiterhin unverzichtbar machen. Und hat die UFC einen Fehler gemacht und aus Versehen das Datum rausgehauen, McGregor gegen Chandler? Oder ist das einfach nur eine sehr, sehr gute Promo? Darüber wollen wir sprechen und noch ein paar weitere interessante Themen nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Und ich weiß gar nicht, ob das Video damit schon gesponsert ist. Aber der Rodo, ihr könnt es hier, glaube ich, gut sehen, hat mir ein Shirt geschickt von seiner Band von Tola. Link ist auch unten in der Beschreibung. Dickes Dankeschön. Der Rodo ist verantwortlich für die musikalische Untermalung fürs Intro mit den ganzen Stimmen zusammen mit ein bisschen Heavy Metal. Top gemacht, hat mir dieses Shirt geschenkt. Fand ich sehr fett, eine sehr nette Geste. Und da ist natürlich Ernstsache, dass ich das Ganze dann auch trage. Nicht nur in diesem Video, sondern wahrscheinlich noch in einigen mehreren. Ich hoffe, der Rodo hatte das bei seinem letzten Auftritt an und es ist noch mit seinem Schweiß getränkt. Und jetzt tränke ich es noch weiter. Nein, ekelhaft, wir fangen jetzt an. Aber Moment, ich wollte ja noch was sagen zum Wochenende. Ziemlich voll gewesen. Ich persönlich hatte auch eine kleine MMA-Gurt, MMA nicht, Luther-Livre-Gurt-Prüfung. Also da war ich ein bisschen eingebunden, habe mich darauf vorbereitet. Ansonsten war einfach ziemlich voll. Und das Ganze soll jetzt nicht eine Rechtfertigung sein, aber einfach nur eine Info an euch, warum am Wochenende nichts kam. Bin nicht vermisst, nicht verschollen, nicht ausgechokt worden während der Gurt-Prüfung. Alles gut, einfach nur wenig Zeit gehabt. Aber holen wir jetzt nach. Wir springen rein und fangen an mit dem ersten Thema mit Alex Perra. Der hat sich, ja klar, wenn einer Welle macht, in diesem Fall Anthony Smith, kämpft, zwar gewinnt, aber es ist schon ein harter Kampf an einigen Stellen, gerade in der zweiten Runde. Da hat er ordentlich auf die Glocke bekommen von Ryan Spann. Hat man auch mal gesehen, wenn so ein Schlag nicht voll trifft, sondern dich nur streift, dann das Ganze ums Auge herum passiert, was dann alles geschehen kann, so eine richtige Zwiebel dann gehabt. Aber Smith hatte auf seiner Seite die Low-Kicks. Es war ein spannender Fight, aber eine sehr, sehr enge Nummer. Und Smith hat ja vorher über Alex Perra gesprochen und vorher gesagt, ja, der hat jetzt festgestellt, der ist in unsere Gewichtsklasse gekommen und der ist jetzt hier nicht mehr der große, riesige, starke Typ. Der ist jetzt einer von vielen. Das war für ihn einfach so ein Reality-Check. Ja, dann war es irgendwo klar, dass jetzt natürlich Alex Perra dann auch antworten wird. Ich meine, grundsätzlich, ich glaube, zu Alex Perra passt es nicht unbedingt so zu seiner Art, wie er sich gibt, irgendwelche Ansagen zu machen, irgendwas rauszuhauen, aber er reagiert hier quasi nur auf die Steilvorlage von Smith. Er hat sich jetzt nicht einfach entschieden, so, ich will Promo machen. Ich picke mir jetzt einfach einen raus und gegen den mache ich, nehme ich jetzt den ultimativen Diss-Track hier auf, sondern er reagiert auf Aussagen. Das hat er in der Vergangenheit auch schon bei anderen Fightern gemacht, die über ihn gesprochen haben, die über seine Takedown-Verteidigung gesprochen haben, über sein Ground-Game, dass sie ihn platt machen würden. Und klar, dass er dann jetzt auch ein bisschen arm wurde. Und er sagt, ja, Smith ist halt einer, der quatscht viel, nicht nur über mich, sondern auch über andere. Der kritisiert viel, aber wenn er seine Gelegenheiten bekommt, wie als er der Backup-Fighter war, dann macht er nicht mal das Gewicht. Also es wird immer Leute geben, die abliefern und Leute geben, die immer genau daran scheitern. Und in diese Kategorie packt er Smith. Und er sagt sogar, Smith ist so der Prototyp von Fightern, die immer über Alex Pereira sprechen. Weil andere Leute, denen es gut geht, die eine gute Karriere haben, die voll im Flow sind, die machen es eigentlich nicht. Die sprechen nicht über ihn. Das machen häufig einfach welche, die irgendwo etwas weiter unten herum krebsen und noch nicht so viel erreicht haben. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen arrogant, aber wie gesagt, es ist eine Antwort, die er da rausgehauen hat. Natürlich, ich verstehe vielleicht auch ein bisschen, dass bei Smith oder bei anderen Fightern so ein bisschen Frust mit dabei ist, wenn man jetzt Alex Pereira, den ich sehr, sehr gerne sehe, aber sind wir mal ehrlich, da hat natürlich die UFC-Maschine auch ein bisschen einfach gut mit dran gearbeitet. Er kam jetzt, das war jetzt nicht sein erster MMA-Kampf. Und er hat auch schon den einen oder anderen Fighter gehabt, der zumindest ein bisschen versucht hat, auch sein Grappling einzusetzen. Aber er kam jetzt nicht auf die Division-One-Ringer oder sowas, aber der eine oder andere war dabei, der es zumindest versucht hat, ihn auf den Boden zu bringen. Einige haben es sogar geschafft. Aber es ist natürlich ein Unterschied im Vergleich zu anderen Fightern, die sich viel, viel mehr erarbeiten mussten, die einen viel, viel längeren Weg gehen mussten, weil die halt nicht die Vorgeschichte mit Izzy haben. Von daher kann ich irgendwo, hey, frustrierte Menschen haben wir im Alltag überall. Jeder hat irgendwo sein Päckchen zu tragen und das im Hinterkopf, dann weiß man vielleicht auch, warum bei einem vielleicht einmal die Zündschnur dann einfach losgeht und man explodiert, weil die Probleme vielleicht komplett irgendwo anders liegen. In diesem Fall, glaube ich, Smith ist einfach so ein bisschen frustriert, dass er wie viele Fights gebraucht hat, um dann doch mal seine Gelegenheit zu bekommen gegen John Jones und der andere hat keine zehn Profikämpfe und bekommt vielleicht, oder hat jetzt elf oder zwölf Profikämpfe und kriegt vielleicht schon bald seine zweite Gelegenheit. Da ist natürlich auch ein bisschen Frust mit dabei. Auf der anderen Seite natürlich Alex Brewer, der sich jetzt so ein bisschen fühlt, warum spuckt der mir denn in hier einen Kaffee? Ich habe ja auch diesen Fight gegen Glover durchaus gewonnen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, wer weiß, wie auf die Mütze bekommen hätte. Aber Smith hat halt noch nichts erreicht. Was will der mir denn jetzt erzählen? Was will der mir vormachen? Bei den großen Jungs bin ich jetzt hier angekommen. Ein potenzieller Fight, der kommen könnte, glaube ich, wenn Alex Brewer nicht den Titel holt, wenn er dann ein bisschen nach unten purzelt. Ich glaube, Smith, der liefert immer geile Fights ab. Da geht es immer zur Sache, dass es immer, also Leinart der Spitzen, aber der passt hier wie die Faust aufs Auge. Kein Seitenlieb wegen letzten Samstag. Aber der liefert immer ab. Der gibt alles und der ist auch gefährlich in allen Aspekten. Ob im Stand, durchaus Power, ob auch seine Kicks oder halt auf dem Boden. Das wäre durchaus ein spannender Fight. Aber Alex Brewer hat natürlich die Steinhände, den Spitznamen trägt er nicht umsonst. Also ein Kampf, den ich mir durchaus gerne ansehen würde, hängt natürlich davon ab, nutzt Alex Brewer seine Chance gegen Prokaska? Kann er den Titel holen? Da sehe ich Smith einfach noch immer diesen einen Schritt davon entfernt. Aber letzter Samstag, um darauf nochmal kurz einzugehen, das war eigentlich genau das, was Smith vorher gesagt hat. Manchmal ist er so drauf, dass man denkt, oh shit, der ist ein Titelkandidat. Und manchmal, da hapert es dann irgendwie. Und in diesem Fight, da war für mich beides wieder. In der ersten Runde, da sah er super aus. Die Kicks haben gesessen, wach im Stand, sehr, sehr gut bewegt. Dann kam die zweite Runde, der wurde da gestriffen mit diesem Treffer, dann ordentlich auf die Mütze bekommen. Da war gefühlt so die Karriere von Anthony Smith, sehr, sehr gut dargestellt, runtergebrochen, auf einen Fight. Ist das eigentlich eine gute Sache? Wenn du ankündigst, du willst vielleicht die Gewichtsklasse wechseln und sofort gibt es drei Herausforderungen. Dustin Poirier hat ja diese Andeutung gemacht und sofort kam von Luque, von Rachmaninoff. Gut, Rachmaninoff, ganz ehrlich, also ich glaube, da ist es egal, wer irgendwie sagt, ich will in die UFC und ins Weltergewicht. Rachmaninoff sagt, ich kämpfe gegen dich. Da könnte jetzt auch Thanos runterkommen und er würde sagen, ja, ich bin dabei. Also Rachmaninoff würde ich vielleicht nochmal ausklammern, bei Gilbert Burns, Vicente Luque. Ist das ein gutes Zeichen? Wenn Poirier sagt, ich will ins Weltergewicht und direkt stehen, einige gefühlt Schlange. Heißt das Anerkennung? Ey, geil, das ist ein Fight. Habe ich Bock drauf? Einfach Respekt oder ist das mehr so easy money? Den Poirier, den schnappen wir uns mal eben. Wie dem auch sei, es ist ja eurer Fantasie freien Lauf gelassen, ob ihr das so auffasst oder nicht. Poirier hat jetzt bestätigt, er plant erstmal im Leichtgewicht zu bleiben. Also bei 155 Pfund. Und, dass er dieses Jahr noch kämpfen möchte. Das ist ein, ich will nicht sagen, sportliches Ziel, weil das Jahr ist ja durchaus noch lang. Ich denke mir immer, wenn du wirklich K.O. gehst, gut, jetzt mit diesem Headkick, da waren jetzt nicht komplett die Lichter aus, aber Poirier lange, lange Zeit nicht mehr ausgenockt, angenockt worden, zu Boden geschlagen worden, ob du dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit dir nehmen solltest. Poirier, glaube ich, braucht auch ein bisschen Zeit für den Weightcut, um das einzuplanen. Jetzt nicht ein halbes Jahr oder sowas, aber ich denke, es ist auszuschließen, dass Poirier jetzt kurzfristig im Oktober hereinspringt oder auch im November. Ich glaube, wenn da irgendwas interessant sein könnte, dann eventuell 296, die Card im Dezember, die ja auch noch nicht fertig ist, wo es zwar Gerüchte gibt, aber darüber reden wir gleich noch. Also das könnte ich mir als Datum für Poirier sehr, sehr gut vorstellen. Erst recht vielleicht als Möglichkeit für die UFC, falls irgendwas passieren sollte, im möglichen Main Event, dass man da noch jemandem Leichtgewicht auf der Karte hat. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Lass uns ein bisschen darüber spekulieren. Wer könnte denn der Gegner sein von Dustin Poirier? Wer könnte der Mann sein, gegen den er antritt? Also wir können, ich habe jetzt mal die Rankings aufgemacht, ich glaube, Islam, den können wir ausklammern. Der Champion hat einen Titelkampf. Ich denke nicht, dass Poirier nach der Niederlage jetzt der Nächste ist, der irgendwie nachrücken würde. Da würde man sicher erst mal bei Gaethje anklopfen. Also Olivera und Makachev, die kann man rausnehmen. Jetzt werden einige sagen, Paco Gaethje kannst du auch rausnehmen. Die haben ja erst gekämpft. Ja, aber es steht 1-1. Und wenn man vielleicht noch so ein Banger-Fight aufs Ende des Jahres packen könnte und beide sind einverstanden, warum nicht? Ob das unbedingt klug wäre, taktisch von Dustin, diesen Fight, diese, ich nenne jetzt mal sein Ass im Ärmel, seinen Joker, seine Trumpfkarte, die jetzt schon auszuspielen oder eventuell alles irgendwie auf Rot, das ist in diesem Fall, an Justin zu setzen und zu sagen, vielleicht schafft er es ja. Vielleicht holt er den Titel und dann stehe ich 1-1 mit jemandem, ich würde nicht sagen, der mir einen Gefallen schuldet, aber dem habe ich halt auch den Rückkampf gegeben, der durchaus gewillt ist, mir den ebenfalls zu geben und das war ja ein Fight, der absolut auf Augenhöhe war, bis dann halt das Finish gekommen ist, gut, kalt erwischt. Rein taktisch weiß ich nicht, ob das klug ist, aber wenn auch Justin sagt, pass mal auf, Islam kämpft gegen Charles, je nachdem wie der Fight ausgeht, beide brauchen eh ein bisschen, ich will ein bisschen Kohle verdienen, Respekt, du hast mir den Rückkampf gegeben, lass uns das im Dezember nochmal machen. Würde ich nicht komplett ausklammern. Wahrscheinlicher ist vielleicht eine Nummer gegen Benil, weil Benil braucht ebenfalls jetzt einen Fight, einen Gegner und Poirier wäre jemand, der auch in der Top 5 steht. Beide kommen jetzt aus einer Niederlage, ist ein Kampf, der durchaus Sinn machen würde, um auch hier wieder zu entscheiden, wer bleibt in der Top 5. Chandler, reden wir gleich drüber mit McGregor und das, was dann danach kommt, da sind wir auch schon raus aus der Top 5. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ist das Mindset von Poirier? Sagt er jetzt ja, Benil, cool, Top 5, Gagey, das sind so für mich die einzigen Optionen oder sagt er auch, hey, Kisiev, Gamrod, Sarukyan, Dan Hooker meinetwegen, so auch gegen die Jungs. Dan Hooker, da haben wir übrigens einen richtig geilen Fight schon gehabt zwischen Poirier und Hooker, gibt es da vielleicht einen Rückkampf, aber denen, da bewerte ich das eher nur als Außenseiter-Chance. Ich glaube wirklich, es gibt eigentlich nur zwei Optionen für Poirier im Leichtgewicht, das heißt entweder ist es Benil, der dann im Dezember ran darf gegen ihn oder ran muss, je nachdem wie man es sehen möchte oder Justin Gagey. Wenn Gagey sagt, ich warte erstmal, ich habe ja alle Karten in der Hand, ich schaue mir den Main Event an in Abu Dhabi und dann entscheide ich, ob ich einfach auf den Sieger warte. Auch eine Möglichkeit, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Pistole an Kopf, Paco, wer wird's, würde ich sagen, Dezember, Benil gegen Poirier. Und als Überleitung kommen wir damit zu UFC 296. Hat die UFC hier einen Fehler gemacht? Beim Fight Pass, wo man ja Events sich anzeigen lassen kann oder wenn man draufklickt, wo dann immer noch angezeigt wird, so wie lange noch bis zum Event. Normalerweise macht man es einfach immer nur bis zum nächsten, dass da dann die Tage oder die Stunden dann an dem jeweiligen Tag sind. Ich meine, wir kennen alle diese Pablo Escobar-Meme, so fühlen wir uns immer alle am Fight Day. Wenn wir einfach nur warten, so, dann gehen die ganzen Stunden rum. Wir wollen endlich Action sehen. Hier ist ein bisschen mehr, da waren es 111 Tage. McGregor hat es selber auch gepostet auf seinem Twitter. Account. Ja, und da ist jetzt die Frage, hat da die UFC einen Fehler gemacht? Hat jemand das Event schon quasi eingestellt und das war aus Versehen und jetzt ist es wieder rückgängig gemacht worden? Oder ist das auch ein bisschen so die Art und Weise, der UFC das Thema noch ein bisschen am Laufen zu halten? Ganz ehrlich, die UFC ist mittlerweile so eine große Nummer, ich glaube nicht, dass die so ein, also ich glaube eher, dass so ein Fehler passieren kann, als wenn das jetzt irgendwie kalkuliert, um da irgendwie Promo zu machen. Wenn das mehr oder weniger klar ist, dass beide kämpfen würden, würden die es halt veröffentlichen. Also würden die einfach sagen, jo, der Fight ist offiziell cool. Und wenn nicht, ja dann lassen die es. Wir haben ja so oder so schon in den letzten Wochen eh immer über diesen Fight, über wann kommt der, im Dezember oder nicht gesprochen. Es würde jetzt vielleicht passen, weil McGregor ja auch so eine 80-Grad-Drehung gemacht hat zu, hey, sieht so aus, als ob Dezember doch wieder klappen wird. Würde jetzt passen, dass die UFC da eventuell einfach intern schon den Plan so aufgestellt hat. Meinetwegen ganz grob, einfach irgendein Programmierer für den Fight Pass hat es schon mal eingegeben, hoppla, dann ist es da erschienen, dann hat man es jetzt wieder rückgängig gemacht. Es deuten wieder mehr Sachen darauf hin, dass dieser Fight wirklich kommen wird. Damit ist natürlich auch, geht einher, dass McGregor da eine USADA-Sondergenehmigung bekommen wird, was nicht heißt, er darf topen oder dass er gar nicht getestet wird, sondern dass er nicht im üblichen Zeitrahmen, das heißt wenigstens sechs Monate, wie Henry Sokudo auch als er zurückgekommen ist, getestet werden muss, dass das halt nicht stattfindet. Ich hoffe, wenn es so gemacht wird, dass das aber dann ein Kickstarter sein wird, auch für andere verletzte Fighter, dass man für andere Kämpfer nach einer Verletzung ebenfalls so eine Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen wird, dass das nicht so der McGregor-Exclusive-Shit sein wird, sondern hey, jeder, der nach einer schweren Verletzung zurückkommt, und eventuell irgendwelche unterstützende Maßnahmen in Anspruch nehmen musste, der ist dann raus aus dem Testpool für die Regeneration und wenn er dann wieder reinkommt und er kämpft in drei oder vier Monaten, kriegt er auch hier die Sondergenehmigung, zwei saubere Tests und wir sind good to go. Chandler scheint seinen Willen oder seinen Wunsch zu bekommen, gegen McGregor zu kämpfen, hoffen wir für ihn natürlich, dass sich das Ganze auch lohnen wird. Spannend ist es trotzdem, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht neugierig, wie McGregor in diesem Fight aussehen wird. Letzten Fotos, die er dann auch postet, die aktuelleren, da sieht er wieder ein bisschen Lena, Mina aus, also wieder so ein bisschen mehr, dass man das Gefühl hat, okay, 155 Pfund könnte sogar passen, nicht mehr so ein bisschen aufgeschwemmt, wie er in den letzten Wochen oder Monaten unterwegs gewesen ist, aber das sind halt immer auch Momentaufnahmen, Winkel, Belichtung oder hat er gegessen, hat er gerade einen flotten Auto abgeseilt, je nachdem, in welcher Verfassung er da vor die Kamera tritt, wissen wir ja alles nicht. Ich schaue mir den Fight auf jeden Fall an, ich bin gespannt, wählt Chandler die Taktik, Conor erstmal müde machen, wird Conor so gut zurückkommen, wie er gegen Poirier beim vorletzten Fight, außer auch beim letzten Fight, dass er durchaus noch so aussah, als ob er irgendwo mithalten kann oder ist er einfach nur komplett abgewaschen und wir sehen hier einen schwer Alkohol- und Party-Krankentypen, der einfach irgendwie nicht loslassen kann und noch kämpfen möchte. All die Fragen machen es ja im Endeffekt interessant und spannend und ich weiß definitiv, wenn ich mich irren sollte und McGregor doch ein positives Comeback feiert, also wirklich zurückkommt, der David wird es mir wahrscheinlich bis zum San-Nimmerleins-Tag unter die Nase reiben und sagen, Paco, ich hab's dir gesagt, McGregor kommt stark zurück. 9. September, da war doch irgendwas, ja, New York City 293, Easy gegen Strickland, ein Event, was irgendwo von Strickland gerettet wurde, so ein bisschen am seidenen Fahnen, ich glaube, wenn wir nicht Adesanya um den Mittelgewichtsgürtel in Australien gegen Strickland hätten, dann wäre das eine Card, wo gar nicht so viel Dampf auf dem Kessel drauf ist, also das wäre schwierig, denn ich glaube, es geht meistens nicht um uns, um die, die gefühlt eh alles gucken. Also wir, also ich spreche jetzt erstmal von der UFC, UFC macht ein Event, in der Regel, wir schalten ein. Also das ist, sag ich mal, der eiserne, der harte Kern, der ist immer mit dabei. Ob ein Pay-Per-View erfolgreich wird oder nicht, hängt immer von den Leuten ab, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was für ein Event steht denn an, er ist denn vielleicht gerade Champion. Ein Kumpel von mir, der ist eigentlich immer nur dabei bei diesen, bei diesen Francis Ngannou, bei diesen John Jones, bei diesen Conor McGregor, Khabib Nummer, Gemeinde auf Fights, eigentlich nur bei den Nummern. Und fast immer, so wie hier, O'Malley gegen Sterling, ich meine ja, so, ich bin natürlich hier absolut in meiner MMA-Bubble, als ich da mit ihm auch geschrieben habe, der war völlig verwundert, war irgendwas, bis irgendein Fight jetzt am Wochenende gewesen, ja, Sterling gegen, Sterling gegen Strickland, das wäre übel, Sterling gegen O'Malley, ach so, stimmt, wie ist der denn ausgegangen? Also der da gar nicht überhaupt so im Bilde ist, die musst du natürlich irgendwo anlocken. Diese Gelegenheitsfans entscheiden, dann wird das ein Kassenschlager ein Erfolg oder halt nicht. Und da habe ich das Gefühl, müssen Izzy und Strickland noch mehr machen. Wenn sie jetzt einfach darauf zu verlassen, ja, wir machen eine gute Pressekonferenz, vielleicht klappt das, vielleicht wird das kurz davor so viel Hype generieren, weil ich gehe davon aus, die Presskonferenz, die wird, die wird Fire sein. Und Izzy, glaube ich, der legt sich auch schon ein bisschen Munition zurecht. Der sagt nämlich auch schon, jeder hat natürlich seine Unsicherheit. Er will den Macho-Wettbewerb gewinnen, Strickland. Er will, ich bin Mann, ich steige auf mein Motorrad, ich trinke mein Bier und so. Das ist so seine Schiene. Er sagt, ich selber, also Izzy, ich muss mich nicht beweisen. Ich muss meine Männlichkeit nicht beweisen, weil ich werde kommen, ich werde mir die Fingernägel lackieren und ich werde den damit ausknocken. Ich werde ihm in den Arsch treten, so wie ich bin. Und da kann er nichts gegen machen. Strickland hält sich noch ein bisschen bedeckt. Er hat einfach nur gesagt, ich bin in der Geschichte nicht der Gute, ich bin der Bösewicht, du hast was Tolles, deinen Gürtel, den will ich dir wegnehmen. Aber ich gehe davon aus, auf der Presskonferenz, da muss es ein bisschen mehr hin und her gehen, um die Gelegenheitsfans anzusprechen. Für viele, die regelmäßig schauen, so drücke ich es jetzt mal aus, ich möchte die anderen auch nicht immer als Casual-Fans bezeichnen. Der Begriff passt eigentlich, jetzt auch bei meinem Kumpel, wenn du eigentlich nur diese großen Events und sowas guckst, aber es klingt immer so extrem abwertend, als will man sich selber irgendwie hier die Brosche an die Brust machen und sagen, hier schaut mich an, ich schaue irgendwie jedes Event. Ist ja nichts verkehrt daran, wenn du einfach nur Gelegenheitsfan bist und nur das konsumieren willst, wo du sagst, boah, das sind die ganz großen Events, jeder wie er möchte. Da muss von beiden jetzt so ein bisschen mehr kommen, die zu erreichen, damit der Gelegenheitsfan auch glaubt, sportlich ist das super knapp, oder sind das komplett unterschiedliche Stilrichtungen, weil sportlich, und natürlich habe ich mich da auch schon häufig geirrt, O'Malley gegen Sterling ist ja ein gutes Beispiel. Da habe ich wirklich gedacht, denn zu 99% kann ich mir nicht vorstellen, wie O'Malley diese Nummer gewinnt. Also ich kann es mir vorstellen, durch einen Knockout, genauso wie es passiert ist, aber ich habe diesen Weg nicht gesehen. Ich habe gedacht, Sterling wird auf jeden Fall es schaffen, diesen Fight auf dem Boden zu verlagern. und Strickland gegen Izzy ist, glaube ich, für sehr, sehr viele ein Mismatch, die die regelmäßig gucken. Dass die sagen, ich sehe keinen Weg und ich ehrlich gesagt auch nicht, wie kann Strickland diese Nummer für sich entscheiden? Er hat ja nicht irgendwie die herausragenden Takedowns gezeigt, nicht die herausragende Beinarbeit, nicht, dass er die Gegner mit einer ausgeklügelten Taktik irgendwie niedermäht. Er war mit sehr viel Volumen in deiner Fresse permanent, hat er seinen Jab rausgehauen und war einfach die ganze Zeit da und hat sehr, sehr viel Druck gemacht. Das wird gegen Izzy, glaube ich, nicht reichen. Vielleicht wird es reichen und ich sitze dann bei dir und sage, oh mein Gott, wow, bam, Freunde, was für ein Event, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Erst recht jetzt, nachdem auch noch O'Malley gegen Sterling so gewonnen hat, schlägt der Blitz wirklich zweimal ein. Aber gut, deswegen gucken wir es ja auch. Wenn wir zu 100% wüssten, wie es ausgeht, dann wäre es ja auch jedes Mal langweilig. Die Pressekonferenz wird feiern, aber der Fight, Strickland muss sich da irgendwas Ausgeklügeltes ausdenken. Wenn er einfach nur, so wie gegen Alex Pereira glaubt, ich zieh's durch, was passiert, passiert ist ein Fight. Unrecht hat er nicht. Aber dafür sind, sowohl Alex Pereira war es im Stand zu gut, als auch Isola DeSanya, sein nächster Gegner. Also irgendwas muss da kommen, Izzy zu beleidigen, sich über die Fußnägel und die Fingernägel lustig zu machen und dass er Chinese ist oder Neuseeländer oder Nigerianer, das wird nicht reichen. Damit wird der Izzy vielleicht provozieren und eventuell hat Izzy auch jetzt einfach natürlich ein bisschen zusätzlichen Druck, weil auch er wird das natürlich mitbekommen, er wird als großer Favorit gehandelt, er selber haut jetzt raus und sagt, ich muss abliefern, ich will seinen Kopf, also ich will wirklich eine Performance abliefern, wo er alle sagt, wow, krass, das ging schon mal schief. Nicht, dass er jetzt direkt verloren hat, aber gegen Cannoni hat er auch angekündigt, ich will ein Meisterberg, ja, und dann hat Cannoni einfach die richtigen Dinge, die richtigen Entscheidungen getroffen, sich gut vorbereitet. Strickland muss das auch schaffen, Izzy vielleicht da auch ein bisschen die Lust zu nehmen, ihn weiter zu provozieren, dass eventuell Izzy sogar, was er sehr, sehr selten macht, irgendeinen dummen Fehler im Oktagon macht. Vielleicht habt ihr eine Idee, wenn ihr Coach wärt von Strickland und ihr würdet sagen, so pass mal auf, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, wir bereiten dich vor, was wäre eure Taktik mit den Fähigkeiten von Strickland, jetzt sagt mir bitte nicht, Dagestan zwei Jahre, so viel Zeit haben wir nicht, Strickland, der Fighter, der er ist, welche Taktik würdet ihr wählen gegen Israel Adesanya. Wonderboy, Steven Thompson, bringt etwas Licht in die Dunkelheit bezüglich des Ersatzgegners. Dana hat ja gesagt, einige Sachen sind intern, Backstage abgelaufen, davon wisst ihr gar nicht so viel, es gab einen Ersatzgegner, den wollte Wonderboy auch nicht und deswegen war Dana so ein bisschen, eher ein bisschen pisst, so ein bisschen angesägt, dass er gesagt hat, nee, er kann froh sein, wenn er hier so eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt, aber seine Fight Garage kriegt er sicher nicht. Wonderboy hat jetzt rausgehauen, dass es sich wohl um Jack Della Maddalena gehandelt hat, dass das der Fight gewesen sein soll, der ihm kurzfristig angeboten wurde, er hat aber dankend abgelehnt und er hat nochmal nachgelegt und gesagt, ich bin immer bereit gewesen oder ich bin bereit gewesen gegen die Jacks, gegen die Ians, gegen die Schafgarts zu kämpfen, aber, und ja, damit nimmt er direkt sein neues Ziel in den Fokus, wenn, dann natürlich jemand wie Kamaru Usman, ehemaliger Pound-for-Pound-Nummer-Eins-Mann, jetzt immer noch Nummer-Eins-Contender, wenn der mich herausfordert oder meinen Namen in den Mund nimmt, ist das für mich eigentlich ein No-Brainer. Das ist eine Chance für ihn, einen Title-Shot zu bekommen, bevor alles vorbei ist und deswegen ist er an diesem Fight natürlich interessiert. Zumindest bezieht Wonderboy hier auch mal Stellung, weil einige ihm ja vorwerfen, ja, der will jetzt irgendwie ohne irgendeinen Grappler im Käfig zu haben direkt seinen Title-Shot bekommen. Ich meine, klar, würde er ja auch nicht drauf spucken, wenn man jetzt sagen würde, Leon Edwards gegen Wonderboy, lass uns den Fight machen, hat er ja selber auch gesagt, aber mit Usman hat man natürlich einen sehr Grappling-lastigen Fighter, wobei immer, wo man was sucht, wenn man lang genug gräbt, dann kann man natürlich hier auch was finden, kann man da natürlich sagen, Usman nicht mehr der Mann, der vielleicht mal vor zwei, drei Jahren gewesen ist, kaputte Knie, nicht mehr so agil, ist jetzt ein besserer Zeitpunkt für Wonderboy gegen ihn zu kämpfen, als halt vielleicht vor zwei oder drei Jahren. Aber wie gesagt, wenn man gräbt, wird man irgendwas finden. Wonderboy hat auch nochmal drauf bestanden und gesagt, ich bin kein Gatekeeper und ich bin in einem Alter, da muss ich mir einige Sachen halt genau überlegen, welche Fall jetzt nehme ich an, kurzfristig und alles und ganze Pipapo drumherum. Grundsätzlich, ich habe ja auch Wonderboy definitiv unterstützt oder gesagt, finde ich richtig, dass er sagt, der schafft das Gewicht nicht, das hatten wir verabredet, vertraglich vereinbart, sein Pech, dann kämpfe ich nicht. Dass er gerade da sagt, jetzt hier mit knapp 40 nochmal kurzfristig einen Gegnerwechsel in Kauf zu nehmen, dass das unvernünftig ist, verstehe ich. Wenn er das finanziell nicht braucht, sich erlauben kann, dann auch zur Not auf die Kampfgarage zu verzichten, clevere Sache, das so zu machen. Grundsätzlich jetzt zu sagen, ich bin kein Gatekeeper und natürlich 40 und ich muss gucken, was Sinn für mich macht, für ihn absolut okay, aber inwieweit die UFC da jetzt Rücksicht drauf nehmen kann, weil so kann ja dann auch jeder seine eigene Geschichte so ein bisschen weben und dann für sich auch sagen, ja, ich bin sehr jung, ich bin unerfahren, da lohnt es sich für mich jetzt nicht, gegen so einen erfahrenen Fighter zu kämpfen. Also dann kann jeder mit seiner eigenen Geschichte kommen und sagen, das ist für mich jetzt unlogisch und eigentlich möchte ich nur konkret diesen Fight. Und der Nächste sagt das auch. Das ist einmal etwas, was sehr unrealistisch ist und etwas, worauf die UFC erfahrungsgemäß in der Vergangenheit auch nicht unbedingt sonderlich mag, was man gar nicht gerne sieht, sondern vielmehr die Fighter, die sagen, ja, kurzfristig springe ich auch rein, egal gegen wen. Ja, hohes Risiko, für die Fighter nicht clever, weil du kannst dich nicht gut auf die Gegner vorbereiten, aber garantiert wird die UFC beim nächsten Mal dann auch öfter an dich denken, wenn sich eine Gelegenheit auftut, wo du vorher die UFC ein bisschen unterstützt hast und der aus der Bredouille geholfen hast, denken die erfahrungsgemäß dann auch an dich. Ist ein zweischneidiges Schwert, ich verstehe Wonderboy definitiv, aber die UFC kann jetzt nicht auf jeden und die eigene Situation Rücksicht nehmen, dass man sagt, du bist jetzt in dem Stadium deiner Karriere, du in jenem, du hier. Die suchen Fighter, die gegeneinander kämpfen auf hohem Niveau, kurzfristig, ein paar Anpassungen bei dem Gewicht, da ist der Job der UFC seit vielen, vielen Jahren. Und da wird man auch, ob es ein Wonderboy ist oder andere noch größere Namen, da wird man kaum irgendwelche Ausnahmen machen. Deswegen glaube ich, Wonderboy wird an irgendeiner Stelle vielleicht nochmal dieses Risiko gehen müssen. Wie gesagt, ich verstehe, dass er nur einige Fighter im Sinn hat und dass er auch nur nach oben gucken möchte, aber auf der anderen Seite so gerne ich ihn habe, er hatte seine Gelegenheiten, Titel zu holen in der UFC, nicht nur einmal, ich glaube, er hat zweimal gegen Woodley kämpfen können, also die Chancen sind da gewesen. Dann gab es dann halt immer Niederlagen, wenn er immer kurz davor war, sich nochmal diese Chance zu erkämpfen. Ja, und dann bist du irgendwann, es gibt ja auch bei den Gatekeeper unterschiedliche Level. Gatekeeper heißt ja nicht automatisch, du stehst irgendwo draußen vor der Arena und guckst, wer darf rein, wer darf nicht rein. Das kann einen geben für die Top 15, das kann einen geben zum Begrüßen in der UFC, kann ein Top 10, Top 5, ein Top 3 Gatekeeper sein oder einer für den Titel Shop. Irgendwann muss sich, glaube ich, jeder Fighter damit auseinandersetzen, dass man auf einem bestimmten Level nur noch andere Leute davon abhält, einen zu überholen, weil man vielleicht selber realistisch nicht mehr in die Nähe des Titels kommt. Behandelt Dana White schwarze Kämpfer, schlechter als weiß oder als alle anderen, zumindest wenn es nach Anthony Pretty Boy, Taylor, Spitzname, den man sicherlich auch stolz vor sich her trägt. Ich will mich hier nicht mit Anthony Taylor anlegen, das war ein aufrichtiges Kompliment. Er sagt, also es ging um einen Bericht von O'Malley, der so ein bisschen offenbart hat, was hat Dana White zu ihm gesagt, nachdem er den Titel gewonnen hat. Und Dana hat ihm nicht gesagt, zumindest hat O'Malley das nicht behauptet, super, endlich hast du ihn besiegt, sondern, Junge, du hast keine Ahnung, wie viel Geld du gerade gemacht hast oder wie viel du noch machen wirst. Und ja, Anthony Pretty Boy Taylor hat darauf reagiert und gesagt, Anthony Pretty Boy Taylor, das geht auch so ab von den Lippen. Und dann behandelt er Dana White die schwarzen Kämpfer wie scheiße. Und ja, das ist jetzt eine Frage, eine offene Frage, die ich im Endeffekt reinwerfen kann, weil meine grundsätzliche Meinung zu dem Thema und ich werde gleich natürlich versuchen mit einigen Beispielen zu arbeiten, Dana, die UFC, wer auch immer dort am Ende des Tages den Sheriff Stern auf der Brust hat oder den Häuptlingsschmuck auf dem Kopf hat, also wer da zu sagen hat, vielleicht, wenn die zu Hause sitzen, an ihrem 50.000 Euro Tisch oder Dollar, vielleicht gibt es einige Nationen, Rassen, Menschen, die die einfach nicht mögen. Du kannst jedem immer nur vor den Kopf gucken. Aber von der Verhaltensweise her, Dana White, ihn, nehme ich jetzt mal als Beispiel raus, um ihn geht es ja jetzt auch und nicht unbedingt um die UFC, kümmert sich, glaube ich, ein Scheiß darum, wo du herkommst, wie du aussiehst, welche Hautfarbe du hast und welche Religion du hast und wen du liebst oder nicht liebst. Der UFC oder Dana White ist nur wichtig, lieferst du die Zahlen ab und auf einigen Punkten fuckst du ihn ab oder fuckst du ihn nicht ab. Und es gibt Beispiele in der Vergangenheit durchaus von Fightern, die mit Dana nicht unbedingt cool gewesen sind oder wo es immer mal wieder so Reibungspunkte gab. Sterling ist unter anderem einer, wobei ich auch gedacht hätte, dass als Dana ihm jetzt ein Lamborghini geschenkt hat, dass das schon so ein Zeichen von Anerkennung ist. Mighty Mouse wäre vielleicht ein anderer, wo es deutlich zu wenig Anerkennung gab seitens der UFC, meiner Meinung nach. Vielleicht auch seitens Dana White hat er an einigen Punkten sogar gedroht, diese Division von Mighty Mouse, das Fliegengewicht einfach dicht zu machen. Woodley wäre ein weiterer Fighter und ja, ihr habt es jetzt mit Sicherheit alle schon bemerkt, alle Fighter haben eine Sache gemeinsam, dass sie nicht nur ehemalige Champion sind, sondern auch, dass sie schwarz sind. Ist das jetzt der Hauptgrund dafür? Ich meine, gerade Woodley war häufig ein Fighter, der immer so ein bisschen das angemerkt hat und gesagt hat, wenn mir einer sagt, Tyrone Woodley, das war auch in diesem Bericht mit dabei, also das sind nicht alle Sachen, die geht es nur aus dem Kopf weiß, als er bei Erdogani war, da hat er gesagt, wenn mir einer sagt, boah Tyrone, du kannst dich aber gut ausdrücken, du kannst dich gut artikulieren, ja, Moment mal, für wen? Für einen Fighter oder für einen schwarzen Mann und dann auch immer mit, in den späteren Runden wird ihm die Luft ausgehen, diese guten Gene, heißt das, ich arbeite nicht so hart wie andere, alles hat seinen Preis und Muskelmasse, dass man nicht so viel Ausdauer hat, auch hier muss ich sagen, Erfahrungswerte. Ich glaube, das hatte nichts damit zu tun, dass Woodley schwarz ist, gerade dieses, du drückst dich sehr gut aus, cleverer Kerl, sondern das ist ein gewisses Bild von einem MMA-Fighter in den Köpfen der Leute ist. Genauso wie Muskeln haben ihren Preis. Es gibt einfach viele Fighter, die beeindruckend aussehen oder die einfach sehr viel Masse mit sich herumtragen, das braucht viel Sauerstoff und dann nicht so eine Ausdauer haben wie ein Körpertyp a la Holloway, a la Diaz, a la Ferguson. Das hat für mich auch nichts damit zu tun, dass Woodley schwarz ist. Aber ich bin auch noch nicht in den Schuhen von Woodley unterwegs gewesen. Wie viel Bullshit hat er in seinem Leben schon abbekommen, weil er schwarz ist und dann hast du irgendwann vielleicht den Tunnelblick und beziehst alles darauf. So wie wenn du jetzt morgen rumläufst und du denkst dir, alle gucken dir ins Gesicht, weil du keine Ahnung, buschige Augenbrauen hast oder irgendwie eine schiefe Nase. Die gucken dir gar nicht, die gucken dich ganz normal an, aber du beziehst das sofort irgendwie darauf. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber wenn man nochmal andere Leute fragt, ist häufig viel weniger Vorurteil oder es liegt nicht daran, was man vielleicht selber glaubt. Bei Sterling da glaube ich auch, dass einfach diese Nummer mit Merdab mit, ja nee, wir kämpfen nicht gegeneinander und beste Buddies, Dana maximal, kein Bock drauf. Und deswegen hat er da so ein bisschen reingeschissen oder ihn kritisiert. Genauso wie mit der Sache, entweder bist du verletzt oder kannst kämpfen. Mighty Mouse fand ich auch nicht gut, aber wenn die Zahlen nicht reinkommen, ja der Promoter hat dann irgendwann kein Interesse mehr daran, diese Fights in den Main Event einzupacken. Wenn er sagte, es für uns lohnt sich nicht, so wie andere Gewichtsklassen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Fighter, die auch schwarz sind, wo ich sagen muss, da hat Dana White doch gefühlt 0,0 Problem mit denen. Ob wir jetzt einen Tyson nehmen, mit dem er zusammen mit einem Privatschit irgendwo unterwegs ist oder auch Fighter, einen DC, was der für eine gute Beziehung zur UFC und zu Dana White auch hat. Kamaru Usman wird regelmäßig von Dana White als einen der Besten aller Zeiten gelobt. Jon Jones, wie oft hat Jon Jones reingeschissen? Wie oft hat er nicht reingeschissen? Die Zahl ist wahrscheinlich geringer. Also Jon Jones hat kontinuierlich immer irgendwas gemacht, wo viele andere Firmen sagen, der ist ja jetzt untragbar geworden für uns. Trotzdem hat er da irgendwie nicht den Arschtritt bekommen. Klar, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass Dana der Supergönner ist, sondern einfach nur, weil er mit Jones noch Geld verdienen wollte und mit Jones auch noch Geld verdienen konnte. Aber da hat er jetzt auch nicht irgendwie gesagt, ja der ist schwarz, den mag ich nicht, deswegen schmeiß ich den raus. Also ich persönlich glaube, es gibt genug Beispiele, wo Dana White nicht schlecht behandelt hat, obwohl die schwarz sind und da müsste er sie eigentlich schlechter behandeln. Dana geht es nur um Dollargrün. Den juckt das nicht. Du kannst bunt sein, das ist Dana White vollkommen egal. Du kannst dieser, der war ein extremes Beispiel, du kannst der homosexuelle, schwarze Jude sein, der sagt, ich bin Chinese. Das werden einige sagen, Adesanya? Nein, ich glaube, der hat sich nicht irgendwie als homosexuell oder als Jude, zumindest nicht geoutet oder konvertiert, aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das wird Dana scheißegal sein. Solange du die Zahlen reinbringst, kannst du sein, was du willst. Bringst du die nicht mehr rein, ja, dann bist du auch nicht der beste Buddy von dem, der wird ja irgendwann sagen, okay, c'est la vie und ciao, weg mit dir. Also ich sehe die Grundlage für die Kritik nicht, aber lasse mich gerne eines Besseren belehren. Habt ihr vielleicht ein paar Beispiele, wo ihr sagt, ah, guck mal, Baku, da schien es aber doch konkret mit der Hauptfarbe zu tun zu haben. Und damit möchte ich auch nochmal meinen Senf abgeben zu UFC in Singapur. Für uns zu einer geilen Zeit, also ich bin quasi Samstag nach Hause gekommen von, ja, ich muss die Gurtprüfung natürlich nochmal erwähnen, nein, ich bin ja auch beim Luta Livre, das vielleicht nur ganz kurz am Rand, ich bin ja jetzt, ich hab den Orang in den Gürtel. Also nach Weiß, nach Gelb kommt Orange. Beim BJJ sind das, glaube ich, nur die, diese Gurtfarben gibt es nur für Jugendliche, für Kinder, für Erwachsene, da kriegst du als erstes dann den Blauen. Der Blaue ist auch so, also das ist mein nächstes Ziel, da ist so der erste, ich sag mal, richtige Gürtel, da bist du dann wirklich als, da bist du dann fortgeschrittener. Da hast du dann auch ein bisschen was auf dem Kasten. Also Blau ist die nächste Gürte, ich hab mir ein Jahr jetzt Zeit dafür genommen, als Ziel gesetzt, drei, vier Mal die Woche Training, mal gucken, ob ich's pack, ob ich's nicht pack, wir werden schlussendlich sehen. Ich werde euch da durchaus auf dem Laufenden halten. Ein sportliches Ziel, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Wenn nicht, irgendeine Ausrede wird mir schon einfach, nein, muss man auch, hohe Ziele, kann man auch scheitern, finde ich. Aber, ich konnte mir danach direkt das Event angucken und ich hatte jede Menge Spaß bei dem Event, natürlich vor allem beim Main Event. Es hat schon wehgetan, den Korean Zombie, beziehungsweise sehr emotional, wie er da weinend Arm in Arm mit seinen Jungs, mit seiner Crew war und dann kam er auch raus und dann passte das vom Übergang top mit der Musik, wo alle dann Zombie, also das war Gänsehaut. Das war wirklich ein toller Abtritt für ihn. Den hätte es natürlich so nicht gegeben, wenn er gewonnen hätte, denn wenn er gewonnen hätte, dann glaube ich, hätte er nochmal auf den Titleshot gezielt. So war die Niederlage ausschlaggebend. Max Holloway, der natürlich auch mit seinem eigenen Rucksack hier reingekommen ist, mit Maui, mit den ganzen Bränden, die dort vorherrschen, dem das aussichtlich schwer fiel, aber der hier nach wie vor den Korean Zombie gelobt hat, gesagt, absolute Legende. Ich habe den angeklingelt niedergeschlagen in Runde 2, dann kommt er in Runde 3 raus, wie die Feuerwehr, bam, bam, attackiert mich. Ja, im Endeffekt ist es das, was er wollte und hier ein schöner Vergleich von Holloway, der sagt, er geht nicht auf seinem Schild raus, sondern auf seinem Schwert. Also der Korean Zombie geht immer nach vorne, bis es halt nicht mehr geht. Ich glaube, dass es einfach vielleicht auch für Holloway so ein kleiner Blick in eine mögliche Zukunft, wobei Holloway ja zumindest sein Training schon mal angepasst hat, aber der Zombie war ja jahrelang, deswegen hat er ja auch den Spitznamen dafür bekannt, durch jeglichen Schaden durchzugehen und ich finde, jetzt hat man einfach gesehen, dass es für ihn körperlich nicht mehr so sehr möglich, durch diesen Schaden weiter durchzugehen, wo er früher vielleicht einfach sich geschüttelt hätte und weiter nach vorne gegangen wäre. Jetzt sind das extrem harte Wirkungstreffer, stand ja nicht nur einmal oder fuckligen beiden. Geiler Fight, Fight of the Night, also da wirklich eine geile Nummer. Max Holloway auch extrem respektvoll, was mir hier wirklich sehr gut gefällt. Korean Zombie hat nicht den Abschied bekommen, den er sich gewünscht hat, aber ich glaube, den, den er verdient hat, nicht weil er verloren hat, sondern einfach das Publikum war da einen sehr respektvollen Gegner. Er hat selber gesagt, ich bin nicht hier um Nummer 2, 3, 4 oder 5 zu sein, ich will Champion sein und wenn das nicht mehr funktioniert, dann hänge ich meine Handschuhe an den Nagel. Mit Mitte 30, jetzt vielleicht für ihn genau der richtige Zeitpunkt gekommen, wo er vielleicht auch noch nicht so viel gesundheitlichen Schaden genommen hat, dass das Ganze dann vielleicht nicht mehr umkehrbar ist. Schaden nehmen die Jungs und Mädels natürlich alle, immer eine Frage, bis zu welchem Grad. Holloway hat ein weiteres Mal bewiesen und er sagte auch, ich möchte mich unbestreitbar machen, dass man nicht über mich hinwegsehen kann. Ich bin nicht hier, um jemanden herauszufordern, ich bin kein Matchmaker, sagt er, ich werde jetzt keinen Namen nennen, ich bin hier, um eine geile Zeit zu haben und Geld zu verdienen. Das mache ich, jetzt habe ich wieder gut abgeliefert und eigentlich hätte es für mich Holloway auch jetzt schon ein Stück weit verdient, so einen Rückkampf wieder zu haben, aber Holloway bleibt definitiv sitzen auf dieser Position. Es ist irre, dass er diese Position konstant verteidigen kann und man jetzt wirklich über einen vierten Fight spricht, obwohl es 0 zu 3 steht. Aber Holloway ist einfach einmal natürlich ein sympathischer Typ, ich glaube viele, wer mag Max Holloway nicht? Also so, dass er wirklich sagt, den kann ich nicht ertragen. Und ich glaube Max ist immer, gerade wenn er da noch die Interviews gibt, so wie mit dem Korean Zombie, einfach so ein bisschen a la Everybody's Darling, dazu noch ein verdammt aufregender Fighter. Wenn das jetzt wirklich keine Ausnahme war und jetzt nicht, weil der Zombie auch ein bisschen angeschlagen war, sondern jetzt Max noch Knockout-Power in sein Arsenal dazu packt, ja dann Prost Mahlzeit. Also dann wird das wirklich ein Terror sein für jeden in dieser Gewichtsklasse, der nicht Volkanovski heißt. Aber, und da haben wir eine Überleitung, es gibt ja einen Mann, mit dem er sich jetzt eventuell streiten könnte um diesen Platz als Nummer 1-Herausforderer. Viel hängt hier für mich davon ab, was macht denn jetzt Volkanovski als nächstes? Kämpft er jetzt erst gegen Tuporia? Lässt er seine Verletzungen jetzt erst komplett aushalten und kämpft dann eventuell erst gegen Islam Schrägstrich Charles, wer auch immer da gewinnt? Ich glaube, Dana und die UFC, die haben es deutlich gemacht, Volkanovski hat so viel erreicht, so abgeliefert. Was auch immer der will, was auch immer seine Idee ist, wir sind dabei. Wir machen es. Aber das sind für mich die einzigen mit Max Holloway und mit Tuporia, die aktuell in dieser Gewichtsklasse, im Federgewicht Sinn machen. Wo ich glaube, einer von beiden hätte den Titleshot verdient. Rodriguez haben wir erst gesehen, Ortega muss mit einem Sieg jetzt zurückkommen, Arnold Allen hat verloren gegen Max Holloway. Also das ist auch brutal stark, wie er den Zombie gefinisht hat, wie er gegen Arnold Allen diesen Fight, ich will nicht sagen dominiert hat, aber gegen einen sehr guten, aufstrebenden, jüngeren Fighter, wobei so viel jünger ist Arnold Allen glaube ich gar nicht, aber da auch abgeliefert hat. Holloway gehört nach wie vor ganz nach oben in dieser Division. Ja, dann kommt auch schon auf der 5. Tuporia. Der hat sich bei diesem Event auch geäußert und gesagt, also Respekt an beide, an Max und den Korean Zombie, aber ich glaube, es ist Zeit für beide in den Ruhestand zu gehen. Spricht er noch O'Malley und spricht er noch andere Sachen an, darüber reden wir gleich noch und Max hat, ich bin kein Anime-Experte, da könnte Ogun euch jetzt viel mehr zu sagen, also für mich ist das hier auch ein Buch mit sieben Siegeln, ich kann damit gar nichts anfangen, also nicht, dass ich es jetzt nie irgendwann auch mal gesehen habe, aber ganz ehrlich Leute, ich habe Dragon Ball und Golden Boy gesehen, das sind so die einzigen Sachen, die ich gesehen habe. Kann ich euch nichts zu sagen, aber interessant ist diese Botschaft, dass er so mehr oder weniger, was ich da hinein interpretiere, so jeder Stil hat seine Schwäche und ja, manchmal ist halt die Schwäche einfach meine eigene Existenz, also da, ich übersetze es jetzt so, Tuporia, bisher sah er relativ makellos aus, aber ich existiere und ich werde seine Schwachstelle sein, ich werde es dir zeigen, ist ein brutal geiler Fight, Holloway sagt, ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis beide aufeinandertreffen. Ich habe es gerade gesagt, hängt davon ab, was will Volkanovski, warten oder kämpfen? Wenn er kämpft, glaube ich, macht Tuporia vielleicht noch einen Ticken mehr Sinn, einfach weil es ein frischer Fight ist. Nochmal gegen Holloway, wenn Holloway sich jetzt gegen Tuporia durchsetzt, dann ist er wirklich unbestreitbar, dann kannst du gar nichts anderes machen in dieser Division. Wenn Volkanovski dann, ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn Volkanovski diese beiden Fights noch gewinnen sollte gegen Tuporia und gegen Holloway, würde ich ihm auch empfehlen, wenn er das jetzt innerhalb von einem Jahr schaffen sollte, steigt komplett auf, geh komplett ins Leichtgewicht, weil ich kann, welche Herausforderung ist dann noch für ihn da in dieser Gebietsklasse, wenn er das wirklich schaffen sollte? Das wäre vielleicht für seine Legacy sogar eine größere Herausforderung, wenn er einen dieser Fights verlieren sollte, um sich dann wieder ein bisschen nach vorne zu arbeiten mit ein, zwei Kämpfen. Aber jetzt schweifen wir zu sehr ab. Holloway gegen Tuporia, geiler Fight. Dass er bei Elia Tuporia ganz, ganz viel richtig machen muss, sieht man auch daran, dass sehr, sehr viele über ihn sprechen, zumindest ihm antworten. Ob es ein Volkanovski ist, der über ihn spricht, klar, der steht auf Top 5. Ein Holloway, den hat er auch angesprochen, genau wie O'Malley, über den wir jetzt sprechen. Man reagiert auf ihn. Das heißt, man registriert ihn, man nimmt ihn wahr und es gibt einige spaßige Fights, die ich mir für ihn vorstellen kann. Natürlich, er würde gerade aufgrund seines Alters auch viel durcheinander schütteln, wenn er jetzt wirklich es schaffen sollte, Volkanovski zu entthronen. Er sagt ja, mach dich bereit zu tappen, denn das Meisterwerk wird auf dich zukommen. Also er, klar, zuversichtlich plant, diesen Fights zu holen. Ich glaube, 26 ist er mittlerweile. Dann Titelträger zu sein in der UFC, ein absoluter körperlicher Prime und für mich ist er auch jemand, den sehe ich mittelfristig nicht nur im Federgewicht. Da kann ich mir bei ihm durchaus mehrere Gewichtsklassen vorstellen, je nachdem, welche Schritte er auch geht in seiner Diät, Muskelmasse, aber ich kann mir da wirklich mehrere vorstellen. Die Power hat er, er hat den Kampf, er hat das Ringen, das Grappling. Ein bisschen größer könnte er vielleicht noch sein, aber das Problem war für Volkanovski auch nie eins. Der hat trotzdem mit allen dem Boden gewischt, obwohl er jetzt nicht der allergrößte ist. Aber Topodoy hat viele Möglichkeiten. Ob es ein Max-Fight ist, Sean O'Malley, ein Champion aus einer anderen Gewichtsklasse, ja, auch interessant. Die beiden haben sich so ein bisschen angezickt auf Social Media mit, ne, ich habe schon was erreicht, jetzt bist du an der Reihe, ja, ich bin schon dabei und der Kampf kommt vielleicht. Wenn du an Volkanovski vorbeikommst, da habe ich ja schon gesagt, für mich von O'Malley keine starke Herausforderung. Wenn man sagt, gegen den Champion aus einer Gewichtsklasse will ich nicht, ich hoffe, der Contender besiegt den, dann nimmt er mir die Arbeit ab, gegen den rechne ich mir bessere Chancen aus. Ja, dann sagt wenigstens, egal wer es ist, ich will irgendwann diese Gelegenheit nutzen. Topodoy hat alle Möglichkeiten. Wenn er weiter ungeschlagen bleibt, sehe ich, dass dieser Mann noch mehr explodieren wird im nächsten Jahr, als er es sowieso schon gemacht hat. Natürlich sind das keine leichten Fights, aber die gibt es jetzt für ihn nicht mehr. Klammern wir vielleicht Sugar Sean noch aus, weil der ja auch aus einer Gewichtsklasse unten drunter kommen würde. Da auch die Frage, was hat Topodoy davon? Einen Champion aus einer niedrigeren Gewichtsklasse zu besiegen. Gut, er hat wie viel? 12, 13, 14 Kämpfe. Ein Erfahrungswert dazu, aber eigentlich machen für ihn Fights gegen Holloway Sinn, also Leute in seiner eigenen Gewichtsklasse, um Legacy aufzubauen oder gegen Volkanovski, wo ein Titel rausspringen kann. O'Malley kann er besiegen, dann werden aber fast alle sagen, ja gut, ein Striker aus einer niedrigeren Gewichtsklasse. So beeindruckt sind wir nicht. Ob er ins Leichtgewicht gehen will, ich kann es mir vorstellen, er hat ja auch schon dort gekämpft. Weightcutt ist, glaube ich, nicht so einfach für ihn. Ich glaube, der Mann wird nächstes Jahr einer der absoluten Stars werden in der UFC, wenn er genauso weitermacht, wie er es aktuell macht. Auch O'Malley, den ich noch ganz kurz mit reinnehmen möchte, traue ich das zu, dass er noch größer wird. Natürlich Titelverteidigung spielende eine Rolle, er muss weiter diese Leistung bestätigen beim letzten Mal. O'Malley scheint ja auch eine eindeutige Position zu vertreten bei Managern bezüglich MMA. Er hat jetzt nochmal nachgelegt und gesagt, es gibt Manager, die nehmen nicht nur 20% von der Kampfbörse, sondern auch noch 20% vom Bonus. Also wenn einer so abliefert, dass er 20% Bonus bekommt, kriegen die das auch. Und er sagt, dann bist du ein absoluter Minusmensch. Dann bist du der absolute Goblin, der Untermensch, wenn du da noch Kohle von nimmst. Vertrag ist Vertrag und die Fighter haben den natürlich auch unterzeichnet, aber da bin ich bei ihm. Gerade wenn es um einen Bonus geht, wo du den Knockout oder irgendwas anderes holst, komm, schau. Ja, von der festen Börse, dass du da mitverhandelt hast, alles klar, aber der Bonus sollte, also das ist so eine Nummer für mich, wenn ich könnte, würde ich es sogar steuerfrei machen, weil das ist, da haben sich die Jungs und Mädels wirklich einfach nur selber für sich verdient, da nochmal all in zu gehen und einen Finish zu holen. Ja, schade, dass an allen Seiten immer irgendwo gezogen wird, aber so ist nicht nur hier das Fight Business, so ist glaube ich das Leben. Alle wollen nur dein Bestes, dein Geld. Damit springen wir rein ins Blitzlicht, fangen an mit einer, keine richtige Kampfankündigung oder zumindest zwei Fighter, die sich ein bisschen annähern. Michael Johnson sagt, ich glaube, diese Weltergewichtskämpfer sind ein bisschen zu groß für dich, RDA, lass uns in Brasilien treffen, komm nochmal eine Gewichtsklasse runter, ich habe gehört, es soll schön sein im November. Und er sagt dann noch, wäre schön, einen Champion auf meine Liste dazu zu packen. Und der RDA sagt, tut mir leid, ich kämpfe nicht mehr im Leichtgewicht, sodass die Zeiten sind für ihn erledigt. Brasilien ist schön im November, komm nach oben und kämpfe gegen ein kleines Weltergewicht. RDA für mich, macht er es richtig, wenn wir sein Alter mit dazu nehmen, dass er sagt, wofür soll ich jetzt mich noch quälen, ins Leichtgewicht zu kommen. Bei allem Respekt bei RDA, ich würde ihm durchaus zutrauen, wenn sich irgendeine Gelegenheit ergibt, kurzfristig reinzuspringen, vielleicht noch einen Riesen-Upset irgendwo rauszuholen. Wenn er einfach diese Matt-Serra Gelegenheit macht Diebe, spring rein, nichts zu verlieren, da hat er noch die Power, die Skills, um irgendwie was zu holen. So einen Lauf, Top-Contender auszuschalten, dominant den Champion irgendwie auseinanderzunehmen, das sehe ich bei ihm nicht. Und warum dann diesen Cut runter machen? Warum ins Leichtgewicht sich so quälen, gesundheitliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen? Michael Johnson für mich genau der richtige Gegner, dass man da einfach sagt, komm, wir treffen uns im Weltergewicht. So eine da würde ich auch sagen, so eine UFC-Fun-Open-Weight-Division einfach aufzumachen. Ja, jetzt nicht, dass wir dann auch den 135-Fund-Typen gegen den 210-Fund, wir sollen jetzt keine unrealistischen Match-Ups machen, aber halt so eine Nummer, RDA, da sind doch 165-Fund dann machen gegen Michael Johnson. Oder meinetwegen 100, wo auch immer. was dann vielleicht auch nicht mehr relevant ist für die Rankings. Vitor Belfort hat es vor einigen Jahren gefordert, diese Legendendivision. Fighter, die schon einiges geleistet haben, verdient haben, aber nicht mehr mit den Top-Leuten, mit den jungen, hungrigen Fighter mithalten können, die so ein bisschen einfach nur für sich sind. Finde ich immer besser, die Idee, und Michael Johnson und RDA, das würde für mich passen. Jetzt wird das Blitzlicht doch mehr zum Standlicht, weil ich doch ein bisschen länger gelabert habe, sorry dafür. Bisschen was aus dem Dunstkreis von Ronda Rousey, scheinbar werden die Gerüchte jetzt wieder lauter, dass sie doch nochmal eine Chance ergreifen möchte. Bezüglich der UFC, UFC 300 wird nochmal explizit genannt, aber die Quelle sagt gleichzeitig auch, und ich sage jetzt nicht die Quelle, ich habe jetzt mit keinem in der Tiefgarage mit dem Trenchcoat telefoniert, ich habe es von der Internetseite hier von, lass mich nicht lügen, Lowkick MMA, dort wird von der Quelle aus ihrem Umfeld berichtet, dass Ronda auch Interesse daran hat, noch weitere Kinder zu bekommen. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Kind hat, also bei diesem Gossip bin ich eigentlich immer raus, ein Kind hat sie wohl schon, mit Travis Brown möchte noch mehrere haben, da könnte das jetzt noch reinpassen, dass man das jetzt nochmal abhaken möchte. Heißt für mich aber gleichzeitig auch, machen wir uns da, selbst wenn sie zurückkehrt, nicht auf eine lange MMA-Karriere gefasst. Da wird sie nicht jetzt noch den Titel holen, verteidigen und wer weiß, wie viele Contender abwehren. Ich denke, das wird so wie Brock Lesnar damals, wenn überhaupt, nur eine einmalige Nummer, aber UFC 300, ich glaube, Rousey wird zurückkehren, aber nur für dieses eine Event. Und eine andere Rückkehrerin auch im Bandhabengewicht, der Damen steht ebenfalls in den Startlöchern. Jermaine Dorendamy, eine sehr starke Strikerin, jetzt drei Jahre insgesamt, glaube ich, Babypause gehabt, natürlich auch, wenn man die Alter mit dazu nimmt, Mitte, Ende 30, da tun die drei Jahre schon mehr weh, als jetzt vielleicht irgendwie Mitte 20. Aber sie sagt, ich habe jetzt einen Sohnemann, für den will ich kämpfen, dem will ich ein Vorbild sein. Sie will nochmal angreifen, will nochmal abliefern. Natürlich, Amanda Nunes ist jetzt raus, das öffnet natürlich viele Türen. Fighter, die vielleicht vorher die Gelegenheit hatten, gescheitert sind an Amanda, die sehen jetzt nochmal, boah, so ein Lichtstreif irgendwie am Horizont, ich kann es doch nochmal schaffen. Und Dorendamy ist eine verflucht starke Strikerin, so eine gute Strikerin, dass selbst Amanda Nunes gesagt hat, hier werde ich zur Grapplerin, ich setze nur meinen Ringen ein, im Stand will ich mit der Frau nichts zu tun haben. Und zum Abschluss wird wohl nächstes Jahr eine Doku geben von Khabib Nurmagomedov in Zusammenarbeit mit der UFC. Freue ich mich drauf, denn wenn die UFC irgendwas kann, dann Sachen in Szene setzen. Dann Bilder mit Musik und Backstage-Material, keine Ahnung, alles in so einen Mischmasch zu verwandeln. Natürlich haben die die Kohle, um die besten Leute da ran zu holen. Ich denke, das wird eine geile Doku werden. Mal gucken, worum es alles gehen wird. Bei vielen sind so die letzten Jahre sehr, sehr präsent. Ob man da auch Material von davor hat, aus den Anfangszeiten, vielleicht auch aus der Zeit, wo er fast aufgehört hätte mit dieser Verletzung, wo es nicht so lief, wie er das haben wollte. Ich glaube, das könnte eine sehr interessante Doku werden, wenn man da auch mal ein bisschen diesen Einblick in den Tagesablauf in Dagestan erhalten kann. Ich freue mich drauf, nächstes Jahr soll es kommen. Conor hat schon seinen Senf dazu abgegeben, aber Volver jetzt nicht wieder in so eine Twitter-Auseinandersetzung reingehen. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt, was die UFC da für Bilder kreieren wird. Damit sind wir am Ende. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Passt auf euch auf. Bis demnächst und let's fight.